Mama, was machen wir heute? Heute fahren wir nach Kappeln an der Schlei. Einen Parkplatz haben wir in der Prinzenstraße gefunden. Von hier aus sind es nur wenige Minuten bis zur Schleibrücke zu laufen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Verpflichtungen des ZDF, 2020 Hier seht ihr den Heringszahn. Die Schleimbrücke öffnet 15 Minuten vor einer vollen Stunde. Und sie ist bis zu 15 Minuten geöffnet. Da könnte man ewig sitzen und zuschauen, wie die Schiffe durch die Brücke fahren. Der Stau der wartenden Autos ist allerdings ziemlich lang in dieser Zeit. Die Schleimbrücke Die Schließung der Brücke dauert ca. 2 Minuten. Pappeln ist wirklich eine schöne Stadt. Komm doch auch mal hierher! Die Schleimbrücke Die Schleimbrücke Die Schleimbrücke Die Schleimbrücke Die Schleimbrücke Die Schleimbrücke